In unmittelbarer Nähe zum Braunkohlenkraftwerk Weisweiler im Kreis Düren werden schon bald dreieinviertel Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produziert. So könnte es mal aussehen, wenn es fertig ist, so ungefähr. Das ist der derzeit größte Solarpark NRWs, der in Trostorf steht. Den haben wir 2009 für die Stadtwerke Trostorf errichtet. Er hat eine Größe von 3500 Kilowatt Peak. Dieser Park hier in Inden ist also ca. 10% größer als der derzeit größte Park NRWs. Sie sehen hier sehr beachtlich das, was ich eben versuchte anzudeuten. Hier wird Strom produziert und hier wird er verbraucht. Und die Masse, die hier erzeugt wird, die kann auch hier wirklich verbraucht werden. Und auf diesem Bild kann man sehr schön erkennen, welche Fläche uns hier in Inden zur Verfügung steht. Es ist dieser gesamte langgezogene Bereich ca. 100.000 Quadratmeter oder für die Landwirte 10 Hektar. Nach seiner Fertigstellung wird der Solarpark Inden auf gut 100.000 Quadratmetern Freifläche rund 3.250.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Damit können an die 1.000 Haushalte in der Region mit sauberen Sonnenstrom versorgt werden. Gegenüber herkömmlichen fossilen Brennstoffen werden damit pro Jahr mehr als 2.200 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Initiator des 10-Millionen-Euro-Projektes Solarpark Inden ist der Kreis Düren. So muss man den Schluss ziehen, dass in Europa die Zeit der fossilen Brennstoffe langsam aber sicher zu Ende geht. Und dann kann man darüber lamentieren oder man kann handeln. Und der Kreis Düren hat sich entschlossen, zusammen mit probaten Partnern zu handeln und auch die regenerativen Energien deutlich nach vorne zu bringen. Die Zukunft der Energieversorgung gilt einzig und allein den regenerativen Energien und doch in erster Reihe der Photovoltaiktechnik. Denn nur mit ihr ist es auch wirklich möglich, dezentral Stromversorgung vorzunehmen. Es kann nichts Besseres geben, als auf dem Dach eines Einfamilienhauses Strom zu produzieren, der dann danach darunter in den Haushalt direkt verbraucht wird. Und wenn man dann hingeht und sagt, für all jene, die diese Möglichkeit nicht haben, baut man vor den Orten einen großen Solarpark, wie er hier in Inden entsteht, dann macht man eine Energieversorgung, die wirklich Sinn macht und die dezentral ist, die unabhängig macht. Strom, den dieser Park hier produziert, ist absolut sauber und absolut sicher. Und hier hat man die